Mein Name ist Lambert Heller. Als ich vor zwölf Jahren angefangen habe, an der TEB zu arbeiten, war ich zunächst Fachreferent. Das ist eigentlich klassisch das, was man sich von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren in einer Bibliothek heute vorstellt. Aber vor ein paar Jahren haben wir dann etwas Neues angefangen, das Open Science Lab. Das ist ein Bereich in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der TEB, in dem wir uns eigentlich nur damit beschäftigen, was bedeutet es, dass so viele Dinge heute frei im Internet zur Verfügung stehen. Also von digitalen Büchern über digitale Landkarten, Filme, 3D-Modelle von Gebäuden bis hin zu Rohdaten aus der Forschung, Forschungsergebnisse und so weiter. Wir möchten, dass es möglich wird, damit neue kreative interessante Dinge zu machen und wir öffnen dafür Räume. Zum Beispiel führen wir Hackathons durch zu Kulturdaten, bei denen eben nicht nur die Profis mitmachen oder irgendwelche Forscherinnen und Forscher, sondern zum Beispiel auch Kinder und Jugendliche. Auch die können und sollten hacken und kreative neue unerwartete Dinge mit diesen Daten tun. Und das machen wir die ganze Zeit mit vielen Partnerinnen und Partnern zusammen und ich kann mir gut vorstellen, dass bei einer anderen Fahrstuhlfahrt demnächst ich über das eine oder andere dieser Projekte noch mal Näheres erzählen werde.